was geht leute splay vom start damit willkommen zu meinem kanal ich möchte mit euch über die zukunft meines kanal sprechen und unter anderem über die zukünftigen videos und auch über die allgemeine kanalgestaltung kommen wir also zu aller erst zu meinen zukünftigen videos ich möchte mich nämlich auf diesem kanal explizit auf projekte konzentrieren jetzt fragt euch sicherlich welche projekte ich damit anspreche und ich sage euch ich bin da ich sehr flexibel ich würde das eine und andere minecraft projekt aufnehmen dann auch noch eventuell clash of clans da sei ich alles möglich ihr könnt das entscheiden ihr könnt kommentare schreiben was sie sehen wollt und dann würde ich das eigentlich auch machen meine kanal gestaltung sieht relativ simpel und ja doch einzigartig zugleich aus ich möchte mich bei der kanal gestaltung komplett auf euch verlassen das heißt für euch wenn ihr sagt das play für dein intro ist scheiße nimmt doch lieber das dann nehme ich halt das intro wenn ihr dann beispielsweise bock auf ein miccraft projekt habt dann schreibt das in die kommentare und sagt allen leuten die dazu stimmen einfach dass sie den kommentar hoch liken sollen und wenn der kommentar dann viele likes hat dann würde ich die idee auch übernehmen